So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play GTA 5 mit dem Trevor hier. Bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang immer noch. So, was ich jetzt noch mal ganz kurz mache, ist den hier. So, wie kommen wir denn hier runter? Ach, da ging's runter, ne? Genau. So, würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal eine Karre. Wir haben ja letztes Mal das Boot geklaut. Ach, ich finde das geil mit dem Lupeneffekt hier immer noch. Mit der Sonne, das ist schon extrem geil. Ach, wunderschön, wunderschön. Wunderschön. So, wo bekommen wir denn hier ein Auto her? Können wir ja nicht kaputt schlagen, ne? Ne. Hallo? Äh, wie bin ich denn hier reingekommen? Das ist immer so die Frage. Ähm, da, genau. Da sieht es schon mal sehr herausgängerisch aus. So, da, nicht unbedingt. So, ich muss da mal selber legen. Ich wollte ja zu dem B hin. Zu den hier. Genau, da fahren wir jetzt hin. Oder ja, so gesagt, laufen wir erstmal hin. Weil wir brauchen eine Karre. Ohne Karre laufen wir nicht. Nein, LKW würde ich jetzt nicht haben. Ich würde jetzt eigentlich ein Auto haben. Ja, Anhalter. Anhalter. Pisser. Na gut, ich glaube, das klappt so nicht. Ähm. Weil wir müssen doch irgendwo im Parkplatz sind, wo Autos stehen. Da kommt ein Auto. Ist jetzt nicht nur das Beste, aber ist immerhin ein Auto. So, bitte raus mit dir. Dankeschön. Und tschüss. Und jetzt nochmal ganz schnell das Radio aus. Sonst gibt's Probleme mit der GEMA. Und das wollen wir ja nicht. So, dann einmal hier raus. Und dann sind wir eigentlich auch schon draußen aus dem Gedücht hier. So, genau. Die Richtung hier lang. Und dann sind wir auch schon da. Hoffe ich mal. So, genau. Wir sind richtig. Okay. Ich hab kurz mal in die Aufnahme von uns reingehorscht. Das geht eigentlich jetzt mit den Sounds. Hab ich mal kurz reingehorscht. Kann man eigentlich so lassen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich's noch bearbeite. Wie's dann nicht. Muss ich mal gucken. Gucken kostet ja nix, ne? So, und schon sind wir da. Da vorne ist es ja. Das alte FIB-Gelände. Oder ist es das? Das ist doch das, oder? Huch. Hier hoch. Dann hier lang. Na super, das ist ja egal. Wir müssen ja da. Halt. Wartet auf mich. Hier ist Trevor. Geh-reit. Looky, looky. Huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten. In a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts. Listen. We need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. That's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're going to be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck are we going to get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just got to hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. So, leave the area, okay? That's what we're going to do now. So, I'll do it. No, 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 no. So, out. Jetzt ist es out. Hurt schon mal so komisch an. Ich könnte auch ein Dings ausmachen, aber auch nicht. Ist egal. So, die Frage ist, was müssen wir denn jetzt machen? hier ist randalle das wollen wir nicht machen haben wir ja beschlossen da haben wir was zu machen ein haar bei treffer ist das da oder kommen wir vor mal zum hau oh ich schaue die fluchtfahrzeug wird auch benötigt jetzt müssen wir zu den haufern wartet mal wir brauchen das fluchtfahrzeug oder er so gesagt gebrauchen erst mal das müllfahrzeug das ist das müllauto oder oder musst du das wohl sein na komm wir klein das müllauto wenn es denn das ist ich weiß es nicht oder abstellwommen ich weiß es nicht mehr ganz genau auf jeden fall wieder randalieren kann man ja alles da ich darf nicht lernen so fährt denn das ist den jetzt die frage oder ist das stehend da haben wir auch ein weiteres also zwei haas okay 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 das sieht sowas sehr nach müllhalte aus davon ist so dann einmal hier lang schlendern klau den abschleppwagen ja da wird uns doch aufhalten oder ah so flie land steigen aber ich glaube wir können den einfach klauen ja oh man der schmerz 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 Oh, ich bin so sorry! Oh, ich bin so sorry! So, aber es kommt jetzt ganz drauf an, wer den Truck fährt. Irgendwie haben die sich ja was einfallen lassen, die Jungs. Trevor, Michael und Franklin. Mal gucken, wir werden es sehen, Freunde. Jetzt aber erstmal... Ah, scheiße! Ausfahrt verpasst. So, ich hoffe, wir können auch mit Schaden dahin bringen, weil da hat schon Licht verloren. Ich hoffe, es geht einfach mal. Wir beten mal, dass es geht. Und da haben wir das doch gleich. Dann schaffen wir doch die zwei Autos noch. So, wie weit war denn jetzt der Treffpunkt entfernt? Wo mussten wir denn überhaupt hin? Ach, wir müssen wieder in das FIB-Gelände da oben, genau. Da stellen wir also unsere Flucht... Wir brauchen da auch noch ein Fluchtfahrzeug, also drei Untersilien. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, ich werde dann bloß in das andere. Na ja, muss ich mal gucken, wie ich es mache. So genau, da ist der Platz. Da stellen wir es ab. Verlasse den Abschleppwagen. Okay. Dann haben wir das... Steigen wir mal hier ein. Bestanden Abschleppwagen. Okay. So, die Musik aus ist jetzt... Ne. Die Musik trau ich irgendwie nicht richtig immer. So, jetzt müssen wir auch noch zu den anderen. Ha, wo ist denn das? Ist das zu weit entfernt oder geht das noch? Ne, das war jetzt Ha Dingens. Ne, hier ist es Ha. Aber wie es aussieht, fährt das Ding. Hm, müsste man gucken. Was machen wir noch in dieser Folge? Das schaffen wir noch. Ach, guck mal. Toe-Truck ist auf der Seite. Was ist mit dir falsch? So, da haben wir wieder eine Nebenmission. So eine kleine mit dem Ding. Da hörst du schon. Aber manchen kannst dir einfach nicht trauen. Du Sack. Ja, willst du mich eigentlich verarschen? So kommen wir da. Ach, alter Mann. Ah, Mann. Ja, leck mich doch am Arsch. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Alter, hier geht alles vor Schieb. Hilfe. Jetzt sind wir nur dicht raus. Was ist denn da damit? Scheiße. Ach. Ah. Na, super. Jetzt kommt bloß noch ein Zug und dann ist er perfekt. Ja. Wie gesagt, ein Zug wäre perfekt. Können wir einsteigen? Wartet mal. Ne, das geht nicht. Der feiert einfach weiter, okay. So 14 Minuten. So 14 Minuten. Naja, ich weiß ja nicht, dass wir jetzt eine Aufnahmepause haben. Aber ich glaube, ich mach mal eine. Einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht so viel Zeit habe. Deswegen entschuldige ich mich immer mal. Aber ich bin halt noch Schüler. Da muss ich halt noch ein bisschen Schule und so. Oh. Protestieren. Na. Nein, 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 nein. Ich will nicht. So was schmutziges kommt nicht in mein Let's Play. Das fehlt mir ja noch. So, warte mal. Ich organisiere mir noch einen Wagen für die nächste Folge. Dass auch das nächste Mal der Retsag für die Zukunft Bescheid weiß. Raus aus dem Wagen, du Penner. Den kleinen Blitzer nehmen wir. Ja. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass er eine Waffe hat. Ja, super. Das ist ja hier, Alter. Das, das geht nicht. Hallo. Ach. Nein. So ist der letzte. Alter, willst du mich verarschen? Alter, Hilfe. Die verfolgen mich alle hier. Hilfe. Was wollt ihr? Ich fahr eigentlich in die falsche Richtung. Aber naja, ich pack erstmal hier und werde erstmal die Folge beenden. Greifen die mich jetzt an? Warte mal. Lass mich in Ruhe. Ja. Lass mich in Ruhe. Alter, lass mich in Ruhe. So, lass mich in Ruhe. Okay. So ein Heli irgendwo. Da haben wir wieder belauscht. Ach, guck mal. Ach geil, dass er sucht. Guck mal, der hat sogar eine Lampe. Also ein Fernlicht. Das ist ja geil. Na gut, Freunde. Ich beende erstmal die Aufnahme und sage mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir dann das Müllauto klauen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.